Der Flughafen Tempelhof wird heute geschlossen. Tempelhof hat schon eine gewisse Faszination. Wow, was ist das? Aber es ist schon geil hier, das Tempelhofer Feld habe ich mir so nicht vorgestellt. Aber was auch geil ist, ist ein Dach über dem Kopf. Ich würde das schon größtenteils bebauen. Ich arbeite als sex worker. Ich habe mich hier zu kommen und sagen, dass sie ein Flughafen oder etwas. Jetzt ist es eine gewisse Faszinierde. Als es hier ausgerüstet wurde, wurden die Menschen, die Wohse und die Franzosen. Untertitelung des ZDF, 2020